Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHIO. Ich habe euch in einem der letzten Videos gezeigt, wie ich von meinem Agilent Multimeter das OLED-Display getauscht habe. Und ich war echt ganz schützintig, weil das Ding kostet um die 500 Euro und dass da das Display kaputt geht, hat mich tierisch genervt. Und ihr habt auch gesagt, ja, du hast einen kompletten Knall, du spinnst ja völlig. 500 Euro für so ein Messgerät zahlt kein Mensch. Stimmt, also ein Privatanwender, also ich persönlich, wenn ich keine Firma hätte, würde ich es nicht kaufen. Ich kann euch das komplett nachvollziehen, wenn ihr sagt, geht gar nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, also ich habe mir es nicht gedacht, aber Amazon hat es für mich gedacht, weil Amazon liest ja vermutlich die Kommentare bei YouTube mit und keine Ahnung was. Und die analysieren uns ja vermutlich eh von vorne bis hinten. Und aus dem Grund hat mir Amazon neulich mal was vorgeschlagen. Und ich dachte mir einfach, ja, bestellst es halt mal. Es hat mir zwei verschiedene Multimeter vorgeschlagen. Und ich greife jetzt wahlfrei einfach mal das hier raus. Und das schauen wir uns jetzt heute mal an, ob das was taugt. Ich schreibe euch die Links in die Videobeschreibung unten rein. Das Ganze gleich mal vorweg als Werbesendung deklariert, weil ich zeige euch ein Produkt, also muss ich das. Das hat mir deswegen zugesagt. Das kostet, ich weiß es nicht mehr. Nagelt es mir nicht fest. 70, 80 Euro. Schaut es in der Beschreibung. Das hat mir deswegen zugesagt, weil es hat einen schönen großen Display obendrauf. Und man kann das irgendwie umschalten, das Display. Vielleicht muss ich auf Wechselspannung gehen. Gott, das Pieps nervt mich jetzt schon. 20 Minuten später. Ah, okay, draufbleiben. Es hat mir deswegen zugesagt, das Multimeter, weil es hat einen grafischen Anteil. Also man kann damit quasi irgendwelche Kurven sich anzeigen lassen. Und ich dachte mir mal so, ja, so ein teures Oszilloskop stellt sich auch nicht jeder hin. Also schauen wir uns einfach mal so Multimeter an, ob das irgendwie was taugen könnte, dass man damit, ich habe einen Signalgenerator uns hierhergestellt, dass wir einfach mal schauen, was für Frequenzen kann das Ding ab, kann es ein RMS vernünftig anzeigen, kann es uns ein True RMS vernünftig anzeigen und so weiter. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal hier im Datenblatt an von dem ganzen. User Manual 200.000 AD Samplings und 4.000 Counts Auto Range. Mensch, ja, ich bin mal neugierig, jetzt gucken wir mal ganz auf die Schnelle, ob es es auch in Deutsch gibt für uns. Einmal schnell reingezoomt. Im Übrigen, ich habe hier eine neue Kamera. Überraschung. Infos folgen, irgendwann. Dann schauen wir mal, was das Ganze jetzt uns so zu bieten hat. Wir können 1000 Volt Spitzenwert messen, maximal 10 Sekunden. Es ist bei diesen günstigen Geräten oft irgendwie total eingeschränkt. Gehen wir mal auf Strom. Also man kann 10 Ampere messen mit dem Ganzen für 30 Sekunden und da muss man es 15 Minuten abkühlen lassen. Das hat das eine Bluetooth Multimeter, was Matthias mal gebracht hat, auch gehabt. Also das sind immer so diese Grenzen, die man da hat. Ah ja, da steht auch 2 Sekunden gedrückt halten, dass man auf den Dingsbums Modus umschalten kann. So, analoge Bandbreite. Wir können hier bis 20 Kilohertz, können wir uns scheinbar Signale uns angucken. Das werden wir dann nachher gleich mal testen. Nach 15 Minuten schaltet es aus. Und circa 30 Stunden ist die Batteriekapazität von den drei AA Batterien. Und da könnt ihr jetzt einfach mal auf Pause drücken und euch die Daten anschauen. Ich tue das jetzt nicht, euch da alles vorlesen, weil lesen könnt ihr es selber. Was mich da schon mal grundsätzlich stört an dem Gerät, es ist echt unglaublich leicht. Also da hat man wirklich nicht sonderlich viel in der Hand gefüllt. Es kostet 80 Euro und es könnte eigentlich für 80 Euro schon sich ein bisschen wertiger anfühlen, finde ich. Von dem her ein bisschen schade, meiner Meinung nach. Millivolt, Volt Wechselspannung, Volt Gleichspannung. Wir können eine Frequenz messen. Er tut auch quasi den Duty Cycle, also das Prozent, dieses Verhältnis von hoch zu niedrig beim PWM zum Beispiel, uns anzeigen. Hier oben haben wir so einen Multifunktionstester. Hier können wir Widerstand, Kondensatoren, Dioden und einen Durchgangsprüfer messen. Wir können auch hier nochmal Millifarad, also Kondensatoren messen. Und dann die Strombereiche Milliampere und 10 Ampere. Ich fange mal gleich mit dem Wichtigsten an, weil das für mich immer so ein Punkt ist, wo ich eigentlich schon als sehr wichtig empfinde. Und zwar der Durchgangsprüfer. Durchgangsprüfer ist für mich immer so ein Thema, der kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Select, Diodentest, Durchgangsprüfer. Für mich ist beim Durchgangsprüfer immer der Test so kurz drüber reichen. Ja, der funktioniert. Weil mich nervt, es gibt so günstige Multimeter, der drückt und hält man zusammen. Und dann muss man ewig warten. Dann dauert es eine halbe Sekunde, bis der mal den Durchgang sieht. Den streiche ich immer so kurz drüber. Und wenn er dann pipst, dann weiß ich, der funktioniert vernünftig. So als Tipp für euch, falls ihr da mal einfach das probieren wollt, wie das funktioniert. Hier können wir Kapazitäten messen. Ich messe jetzt nicht alles mit euch durch und ich gucke auch nicht, wie gut das alles funktioniert. Jetzt messen wir mal den Widerstand von meiner linken Hand zur rechten Hand. Sind 5,7 Megaohm in etwa. Könnt schon hinkommen, messen wir mal den Widerstand von meiner Zunge. Ja, 700 Kiloohm. Merkt jetzt hier auch keine Prüfspannung, keinen Prüfstrom. Also der misst mit einem sehr geringen Strom praktischerweise. Jetzt schrauben wir das Teil erst mal auf. Schauen wir mal, was drin ist. Weil wir sind die HIO, wir schrauben alles auf. Und wenn wir das Teil aufgeschraubt haben, es sind Kreuz-Schlitz-Schrauben drin. Also schon mal für mich sehr vorteilhaft. Und wenn wir es aufgeschraubt haben, dann im zweiten Teil vom Video schauen wir uns dann an, was wir mal drauf geben. Wir geben ein bisschen Spannung drauf. Einfach mal so grob, ob man es richtig anzeigt. Wir werden auch mal gucken, ob wir 230 Volt messen können. Und dann geben wir noch ein paar Signale hier oben drauf. Mal ein Sinus, mal ein Rechteck und schauen einfach, was das Ding draus macht. Aber erst mal aufschrauben. Der große Moment. Okay, hier der Deckel komplett ohne irgendwas anderes dann drumherum. Und der Batteriehalter ist hier direkt mit verlötet. Das habe ich jetzt so auch noch nie gehabt. Finde ich mal interessant. Batterie nehmen wir mal gleich mal raus. Das ist für mich gleich ein richtig, richtig krasser Punkt, weil das ist ja ein Thema, da komme ich auch immer selber wieder drauf. Und das passiert einem dauernd und man hat dauernd Probleme damit. Es gibt ja diesen Strommesspfad. Und dieser Strommesspfad ist in der Regel abgesichert. Zum einen hat der Strommesspfad, der kleine Strommesspfad für die kleinen Ströme, hat meistens eine 400mA Sicherung drin. Der Strommesspfad für die bis 10A oder je nachdem was meskert 16A hat auch eine separate größere 16er Sicherung oder 13er Sicherung. Irgendwie so in den Drehraum drin. Und das sehe ich jetzt hier gleich am Anfang, weil diese Sicherungen sind echt ein kritisches Bauteil. Weil da geht es darum, dass die zuverlässig abschalten können und dass die auch einen möglichst geringen Innenwiderstand haben, um nicht die Strommessung, also dass nicht die Strommessung die ganze Schaltung hintendran uns beeinflusst. Und jetzt sehe ich hier auf Anhieb, ihr seht es vermutlich auch, diese Sicherungen sind hier, ihr seht es. Ich muss dazu nichts sagen. Die sind fix eingelötet. Das heißt, wenn ihr da einen Fehler macht beim Messen, ihr steckt es falsch an, ihr messt es 1 Ampere und seid es auf der 400mA Buchse, dann könnt ihr da unter dem Batteriehalter, der auch gelötet ist, gelötet, gelötet, und zwischen diesem, ja vermutlich, Filter, PTC, was auch immer, da dazwischen drin, könnt ihr es sehen, da könnt ihr die Sicherung auslöten. Viel Spaß. Die geht sicher auch raus, die Platine, oder? Natürlich geht sie raus. Hier noch gleich mal vorab, da oben die Tasten mit den ganz normalen Kohletastenfeldern da innen drin, unten der Drehschalter mit einer Handvoll Live-Kontakten, also komplett aus Kupfer, so wie es ausschaut, nichts vergoldet oder sonstiges, und die Buchsen für die Messspitzen, die stecken da direkt drin. Bildet euer eigenes Urteil darüber. Auf der Seite wunderbar die Kodierdrehscheibe, für was wir gerade messen wollen, und hier oben nochmal die Tasten. Ein Display, das man vermutlich hoffentlich nicht tauschen muss, weil es kein OLED-Display ist. Und jetzt gucken wir mal auf die Rückseite, jetzt haben wir hier nämlich noch ganz wichtig, das haben wir gerade schon kurz durchblitzen sehen, dieses Stück Draht hier, ich fasse es auch nicht an, weil es könnte schon wieder Dinge ändern, dieser kleine Draht hier, dieser dicke Draht ist, wer weiß es, gleich auf Pause schalten und in die Kommentare schreiben, wer weiß, wofür dieser Draht hier zuständig ist. Alle Pause gedrückt, alle kommentiert. Das ist der sogenannte Schandwiderstand, 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 quasi der Strommesswiderstand, und bei 10 Ampere ist so ein Stück Draht schon genug Widerstand, dass man da dann vernünftigen Strom drüber messen kann. Also die Spannung messen kann, die über den Widerstand abfällt, und somit auf den Strom zurückschließen kann, mit dem richtig Ohmschen Gesetz. Also wer das noch nie gesehen hat, das wird ganz häufig, also bei Multimetern, immer mit so einem Draht geregelt eigentlich. Dann wird vermutlich, wenn wir hier die 440 mA reinschicken, hier haben wir die 10 Ampere, die gehen hier rein über die Sicherung, einmal über den Draht und nach oben, weg und tschüss, und die 440 mA, die gehen hier rein, gehen über die Sicherung, und dann verschwindet die Leiterbahn da unten, geht jetzt, ich schätze mal, hier quer rüber, und wird hier zu den Widerständen hier gehen, das werden vermutlich die Messwiderstände sein, für die 440 mA. Nein, wir fangen anders an. Jetzt zoomen wir nochmal anständig raus, muss man immer mal hier einen Monitor hinmachen, ich muss immer hier rüber gucken, falls euch wundert es, weil da mal ein OBS läuft. Jetzt gucken wir uns einfach mal grundsätzlich an, wie das Teil funktioniert, die Platine, weil wir haben ja schon jetzt mehrere Multimeter mal auseinandergebaut, also braucht man gar nicht mehr großartig überlegen, was was ist, und dann schauen wir auf die Details. Hier haben wir die Dioden und so weiter, damit wir die Wechselspannung umgerechnet kriegen, da unten Schutzbeschaltung, hier Strommesswiderstand, unten drunter Strommesswiderstand, so weit, so gut, und dann kommen wir irgendwo da hoch. Und da müssen wir als allererstes natürlich mal auf eine Handvoll OPVs gehen, weil wir müssen die ganzen Spannungen und so weiter erstmal irgendwie vernünftig hinkriegen. Das machen in dem Fall hier tatsächlich, sage und schreibe zwei OPVs. Guckt das Video vom H9 an, wie viele es da sind. Wir haben hier zwei OPVs drin, in dem Fall ein GS8722 und ein GS8722. Zwei identische Operationsverstärker, Lohneu ist also schon etwas bessere Operationsverstärker. Diese Operationsverstärker haben irgendwelche Ausgänge. Und wir wollen jetzt ja einen Strom messen, einen Widerstand messen, wir müssen ein bisschen hin und her schalten. Beim Multimeter ja klar, ich habe den Drehschalter vorne und ich will ja nicht nur irgendwie eine Spannung messen, ich will auch mal Widerstand messen. Also brauchen wir hinter den Operationsverstärkern einen Umschalter. Wir haben ja einmal unseren Hardware-Umschalter vorne, zum Wählen, den Wahlschalter. Aber die Elektronik hat ja mit dem Schalter vorne in der Regel nichts zu tun, also brauchen wir einen Umschalter. Wir haben also hier einen SGM3005er. Das ist ein Analog-Switcher, also ein analoger Umschalter, der uns dann die Spannungen und Ströme, was wir messen wollen, hin und her schaltet praktischerweise. Und das war es mit Elektronik in der Regel. Und jetzt haben wir in dem Fall hier, kann man erkennen, zwei große Chips drauf. Und jetzt nehmen wir einfach mal den größten her, den hier. Es ist ein GC7721AQ, wenn man es lesen kann. Jetzt zoomen wir auch schon mal gleich wieder rein. Also ein GC7721AQ, das ist ein ganz klassischer, der ist in ganz vielen günstigen Multimetern, unser ganz klassischer Multimeter-Chip. Also der kann diese ganzen Sachen abbilden, mit Strom und Umschalten und so weiter, macht der da oben. Und jetzt haben wir aber ein spezielles Multimeter, denn wir haben ja nicht nur eine Anzeige vorne mit einem 7-Segment oder so, sondern wir haben ja auch noch ein total cooles Display vorne dran, mit Grafiken. Und wir müssen eben eine Frequenz darstellen. Und wenn wir jetzt mal hier das Display angucken, hier kommt das Display raus. Und jetzt verfolgen wir mal die Leitungen des Displays, die gehen nach links weg. Die gehen jetzt nicht rechts zu dem großen Chip, nein, die gehen nach links. Und da links haben wir noch mal was anderes. Und zwar haben wir hier links ein HC32L136 und das ist ein Low Power Cortex M0 Plus, also ein Cortex-Prozessor, 32-Bit da, und der hat noch ein bisschen Rechenpower. Der kann uns die Frequenz analysieren und der kann die Frequenz auch aufs Display malen. Das war's. Hier oben noch sieht man 24C64, also ein 64-H-Bit EEPROM, weil ein Cortex hat natürlich keinen internen EEPROM, also brauchen wir nochmal einen externen EEPROM. Da oben nochmal ein Zweifall, hier der Quarz für den großen Chip und der Cortex hat nicht mal einen Quarz spendiert bekommen, den hat man sich gespart, der läuft mit dem internen Takt. Ja, das war's schon. Schrauben wir es wieder zusammen und schauen wir, wie gut es funktioniert bei der Messung. Das Ganze aber im zweiten Teil des Videos. Ich sollte mal dringend ein Drehbuch schreiben, irgendwann schon langsam mal, weil alle YouTuber machen das, glaube ich, mittlerweile. Ich drehe einfach vor mich hin und dann merke ich plötzlich beim Videoschneiden, jetzt dauert das Video eine halbe Stunde, das guckt sich keiner an, also mache ich jetzt zwei Teile draus. Wie man das Ganze dann messtechnisch verwenden kann, das Teil, ob das was taugt, das ist jetzt im zweiten Teil und vielen Dank schon mal fürs Reinschauen und für die Kommentare und bis zum nächsten Mal.